im auf vor zweiter Frau denn ich bin sehr offen der Katze auf der Branche stoppt nach es ist dadurch die Tür gegangen sind doch ich hab grad gekocht ja aber ich ich war von ab und hier nur von Weih weil es war übrigens spannend für mich es darum ein Verhältnis ich dachte ich habe ich schon getötet die Schicht im Kopf die denkst die die singe ist still von sich um zu mir richtig hässlich und versucht mich nur so richtig zu greifen habe ich alles verballert hatte griezen bin ich bitte richtig ich wird gehegt warte ich konnte mal bis zu kurzem er hat er voll auf und zert bitte und es ist mir nicht recht die mussten gehen die Kinder unter ein bisschen es ist weiß so was ist so meine aufnahme was können aus der St die Städte die Beine gebrochen diesen Gefängnis was auch Manni ja zu dumm ich habe mir schon mit den Zungen holt ich bin ein Schuss was hier ist es wäre nicht sicher ich mache ein Auge mit zu aber vor gehen wir ja lang ich bin ja bei Rindelter guckst du ich bin schon mal was da runter komm boah oh Gott Mann was ist mit denen los ich hab mich nicht erschrocken mein Rücken mein Rücken meine Wirbelsäule Alter guck mal hier ist die Schüsse hier rein hier hab ich so verballert hier ist nix boah aber ich hab mich nicht so schocken wie bei anderen boah ah guck mal den das ist schon gerade hinten und ich habe alles verpasst ich hab grad irgendeine Frau gehört deswegen dachte ich die wären dran guck mal hier hab ich sofort geschossen hä muss ich wieder hochklettern ja oooh ladies first das zusammen das ist was ich kann ich denke ich glaube ich bin im Loch da kann man nach links und rechts oder wir gehen zur Rücken gucken was der andere Weg macht ich hab jetzt du Schiss was das ist das ist das ist das ist das das was 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 die Ründen das die die ich mache noch mehr Angst und die von mir Angst und da ist ein Jahr langer Gang und hier ist nichts nichts sie sich gern saut dessen Weg ich glaube sie sind hierunter gesprungen und da konnten wir ich weiß nicht kommen zu ziehen nie das ist ein Dach hier ist nix der Treppe hoch denn wenn wir nicht kommen die sie okay das im gang die Gäste wurde ich zu kommen ich bin der dritte habe ich höre nur so ein umfallender anweser hier durch dieses loch ich glaube hier war ich komme diese war langer gang nämlich ich schieß macht ich glaube ich bin ich bin da wo ich zuerst mal aufgenommen ich kann sie sich so aus muss man hier hoch kommen die hoch kommen die hoch die hier wird gar nichts und dessen komisch langer gang schwarze gang man ist natürlich warte ich gucke mal ob ich eine andere Pistole habe da ich habe ich habe hier keine Munition das sieht so komisch aus und hier ist bestimmt jemand drin oder hier ist bestimmt eine Falle soll ich mal reingehen ich bin reingegangen da kommt es ab der Klack und da ist eine Frau ich habe ich habe nicht zu beschrieben Punkt beim letzten Mal weil meine Eltern schlafen das hat der Mutter schlägt ja manche das war verarbeitet zwischen dem Falle bis hin bis hin zu verbrüben wir würden wie es ausdrücken wir wollen er wo ein guckst aufgrund aufgesammelt was so wo muss der von gar nichts weiter die Treppe nach oben ich glaube er muss schon links verlaufen ich muss da umzugehen wird zerfleicht wo muss man hin und muss man hin ich komme zu dir ich habe mich richtig erschrocken wo sind wir gegangen nach links oder ja ich würde ich mache ich würde einfach den Blut die Treppe ist kaputt gegangen ich bin untergefallen doch aber ich habe sie getötet alle ich habe auf Augen zugemacht ein Anfall gerade vielleicht gibt es ja so ein Tax hat es unten ich mache vorher rauschen von dir ich habe mich einfach erschrocken aber ich habe auch einfach Augen zugemacht was so ich bin gestorben ich komme nach wie weit vom ganzen Loch an von zwei Frauen die wir erschossen haben ich bin gleich da durch dieses Loch danach nach oben nach nach oben klettern ja ich sehe die Taschenlampe warte ich bin mir gerade nicht sicher ob du das bist ich habe zwei Waffen und alle beide haben Dings Munition deswegen wirst du das mit der Taschenlampe warte wenn ich einfach erschrecken da hat er ducken äh ducken hä spring spring sp- ach ducken spring hä warte mal wo ist die Steuerung ok wo waren wir hier hin nach nach rechts ja ich will ich bin einfach nach oben Buttspur gefolgt hä hier sind auch hier und waren wir schon da wo hier hier wir schon hier waren ja ich habe ich habe hier waren wir hier war mir oder ja ok wenn du mir die Wahrheit sagst dann hab ich keine Angst äh alter hier bist du runtergefallen ich habe die alle getötet vielleicht kann man da drüber klettern hier unten gibt es noch einen Weg ich kann mal weiter ich gucke was er ist oah ich komme hier nicht raus was hast du gerade versucht Alter geh mal weg ne man kann nicht wegen dem Blut hier hoch springen Bluttingviel ich habe den Blut aus vielleicht kann man davon nicht da hinkommen liegt was aber Müll und Blutende Wendt ich habe von ihrem Anblick einfach erschrocken jetzt vorgeklärt das war zwei Wege ja geh du weiter hier ist nichts ach zum Glück äh du glaubst nicht was hä Spratzer wo bist du ja du glaubst nicht was er ist ein Weg und hier ich weiß nicht doch was auf äh das sieht so komisch aus hier ist nix und da ist ein Loch komm mal erstmal nach da nachgucken sie ist ein bisschen sicherer für mich komm du bist halt jetzt ich hab mich tausend Mal schrocken jetzt bist du dann n feld komm komm da der Ausweg ok du 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 links und links übernommen ist das was ein nix nix durch aber ich habe ein guter das er kann man die Wege aufschlagen das habe vergessen vor ja nie kann man nicht Guck. Da war einfach Holzbrett. Dann konnte ich das kaputt machen. Aber das kann man nichts kaputt machen. Okay. Weil ich fühle irgendwie so komische Geräusche hier. Ich auch. Das ist eine Treppe. Sind wir hier wieder im Kreis gelaufen? Kann das sein? Ja. Ach so. Dann können wir wieder hoch können. Also Fettzack, Alter, hab ich geblockt. Hä? Ich kann irgendwie nicht springen. Warte, ich brauch doch mal. Sprinten und springen und gedockt. Ich komm gleich nach. Lass mich nicht alleine. Das muss ich endlich sagen. Ich bin gerade völlig gegen die Watt gelaufen. Ich hab, geh ab und schien. Hä? Das ist komisch aus bei mir. Boah, ich hab einfach alleine gelaufen. diese... Wo bin ich denn das in mir? Geh jetzt! Ich glaub, ich hab zur Ahnung, wo sie... Wie lange spielen wir schon? Keine Ahnung. Das ist wie noch drei Minuten. Och, ich hab nicht zusammengezuckt, Alter. Der ist zur Tür. Neee. Aber hier war auch ein Baby, Alter. Darf ich deinen Kopf kaputt haben? Ich hab grad HP verloren. Ja, ich hab auch ein Baby, Alter. Ich hab's nicht, ich hab' getroffen, glaub ich. Ich hab's nicht, ich hab's nicht, ich hab's nicht. Ich hab's nicht vertraut. Das war ja auch so. Ich hab's nicht gemacht. ...und das ne Brücke. Und das ne Brücke. Und das ne Brücke. Und das ne Brücke. Und das ein Schubwinter ist die So. Geh's doch. Deckung nie und der was hier bei der Stauk die Wiesel als die Spitzen sind und hießen zu finden und mit uns nicht die Brücke kommt zum Beispiel Schutten als er kann man nicht erschrocken die Spitzen wie viel in das Leben aus kommend kommt ich habe es gesehen davon ist was gleich fort links wissen links die was das denn ich sagte in den Kopf ich habe so eine Gestalt da gerade gesehen und du das ist nicht so schulden er wird er wird 5 die sagten diese gruppe und prozent mir wird was wird als kopf wir sind kaputt am kopf ziehen aber die frauen sich wieder schon nicht mit nichts gemacht ich habe ich auch prozent als wachstum gut um ich kann nie mehr lauf joni lauf ich bin mir ich habe noch ein schuss ich habe gar nichts ich hätte ich nicht wissen okur m er A die Verständnis das ist ab bringt nichts auswählten und auch und lässt sich Prozent ich schlack ihn Kappel als er schickte es ich habe nie ich habe einmal getroffen, weil du ein Ablenkst. Lass mich auftöten! Okay. Wie, wie, wie ich schläge? Oh, okay. Ich habe 50 HP. Steh auf! Wie kann ich aufstehen? Ich bin aufgestanden. Okay. Oh mein Gott. Ich habe mir in die Frösche geschlagen. Ich habe mir fast geschossen! Ich habe ein Standbild. Okay. Ich habe ein Standbild. Okay.